Dieses Video zeigt, wie man die Voraussetzung der Varianz-Homogenität für die gemischte ANOVA-NR prüft. Homogenität der Varianzen bedeutet, dass die Varianzen über die Gruppen zu jedem Zeitpunkt gleich sind. Zunächst kann ein Augentest hilfreich sein. Hierfür taugt das Deployer-Paket und der Pipes-Operator. Man startet mit dem Namen des DataFrames, der die Daten beinhaltet, gefolgt vom Pipes-Operator. Hiernach kommt in der neuen Zeile die Funktion group-by und zuerst die Zeitvariable, hier time, und dann die Gruppenvariable, hier group. Anschließend kommt erneut der Pipes-Operator und dann in einer neuen Zeile die Summarize-Funktion. In sie kommt die var-Funktion für die Varianzberechnung und darin die Testvariable, hier einfach value. Abschließend erneut ein Pipes-Operator und zur besseren Übersicht die Funktion as.data.frame. Die letzte Spalte ist hier von Interesse. Man sieht die Varianzen der Gruppen für jeden Zeitpunkt. Wenn sie ungefähr gleich groß sind, sollte alles in Ordnung sein. Eine Abweichung von 10-20% ist noch akzeptabel. In meinem Beispiel gibt es bei den Zeitpunkten T0 bis T2 Unterschiede, die etwas über der noch akzeptablen Abweichung von 10-20% liegen. Hier sei aber direkt verraten, dass bei gleichen oder sehr ähnlichen Gruppengrößen, wie in meinem Beispiel, die Varianz-Homogenität keine zwingende Voraussetzung ist. Ebenso ist sie bei großen Stichproben vernachlässigbar. Siehe Field 2018, Seite 259. Wenn man hingegen einen Levine-Test durchführen muss, kann man den mit Hilfe des R-Statics-Pakets anfordern. Allerdings sei hier direkt gewarnt, der Levines-Test, wie jeder andere analytische Test, liefert mit zunehmender Stichprobengröße kleinere p-Werte. Er ist also sehr sensitiv für unbedeutende Abweichungen. Zusätzlich hat der Levines-Test bei kleinen Stichproben zu wenig Power, ist also zu liberal. Er ist also eigentlich unbrauchbar, ich zeige ihn aber dennoch, falls auf die Angabe trotz all der genannten Gründe ihn nicht zu verwenden bestanden wird. Es geht erneut mit dem Namen des DataFrames los, gefolgt vom Pipes-Operator. Danach die Group-By-Funktion mit der Zeitvariable, da ja pro Zeitpunkt die Varianzen über die Gruppen hinweg geprüft werden sollten. Erneut ein Pipes-Operator und hierauf folgt die Levine-Test-Funktion. In sie kommt die Testvariable, Value, und die Gruppenvariable, Group, getrennt durch dieses Schlangensymbol, Alt-Groß und Plus auf der Tastatur, auch Tilde genannt. Die Standard-Testung erfolgt auf Basis des Medians, welche die robustere Variante des Levines-Tests darstellt. Die Signifikanzspalte ist hierbei maßgeblich. Kleine Werte, in der Regel unter 0,05 oder 0,01, führen zur Verwerfung der Nullhypothese von Varianzgleichheit. Wenn man eine größere Stichprobe hat, kann man mit obiger Argumentation das Alpha auf 0,001 absenken und so testen. Ich betone aber erneut, der Levines-Test ist nicht zu empfehlen und ich habe ihn nur der Vollständigkeit wegen gezeigt, falls Reviewer trotz der Probleme auf dessen Angabe bestehen sollten. In meinem Fall habe ich laut Levines-Test Glück gehabt und für jeden Zeitpunkt ungefähr gleiche Varianzen in meinen Gruppen. Vermutlich eher aufgrund der mäßigen Gruppengrößen, wenn wir uns die Varianzen nochmal ins Gedächtnis rufen. Sollte in einem Zeitpunkt ein größerer Unterschied der Varianzen vorliegen, ist das nicht so dramatisch. Sollten jedoch in der Mehrzahl der Zeitpunkte unterschiedliche Varianzen vorliegen, kann eine Transformation der Testvariable Abhilfe schaffen. Aber nicht vergessen, sind die Gruppengrößen in etwa gleich, ist die Voraussetzung ohnehin nicht bindend. Ich kann anschließend mit der gemischten Hannover fortfahren oder die anderen Annahmen überprüfen.